Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, es wird richtig krass heute, wir werden richtig viel trinken, aber wir dürfen nicht auf Klo. Wer als letzter auf Klo geht, bekommt 1000 Euro. Mit dabei Ash, wann warst du das letzte Mal auf Klo? Gerade eben. Und mit dabei Chrissy, wann warst du das letzte Mal auf Klo? Gute Frage, vor kurzem. Ich glaube ich war vor 2-3 Stunden auf Klo. Wo sind die 1000 Euro? Ash muss darin glauben. Preis, Geld heißt, wir müssen uns anstrengen. Was? Ich hab gerade eben eine Story aufgenommen, wo ich gesagt hab, dass ich mehr trinken muss, weil meine Haut so trocken ist. Alles danke, was du händler bitte. Das war der Glas Nummer 3. Mal schauen, wann er erst mal auf Klo muss. Außerdem habe ich was geiles vorbereitet. Ganz, ganz viele Zettel mit Aufgaben drauf. Beziehungsweise Dinge, die man trinken musste, da sind nicht nur leckere Sachen mit dabei. Wer will zuerst ziehen? Ich dachte, wir können uns auch die ganze Zeit chillen. Ein Glas Wasser ist noch sehr nett. Aufgaben müssen sofort erfüllt werden. Sauber, 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 sauber. Machst du eigentlich auch mit heute? Machst du mit? Die hat eben schon Wasser auf dem Balkon getrunken, was ich ausgekümmt habe auszusehen. Ich hab noch nie jemanden langsamer trinken sehen als Chrissy. Hashtag Chrissy ist eine Schildkröte in die Kommentare. Kann nicht mehr. Ey, Ash, hast du schon mal jemanden so langsam trinken sehen? Zieh mal einen Zettel. Ein Glas Wasser. Oh Mann! Auch noch sehr nett. Ey, einfach ein pinkes Mac-Las. Mac-Las, Mac-Las. Kennt ihr das? Respekt, Chrissy-Glas ist leer. Ash, ich geb jetzt den Euro, wenn du schneller als Chrissy schaffst. Wow, mein Gott. Junge, das ist ja fast schneller als ich. Leo, warte. Okay. Was holst du davon? Weiß nicht. Einen Döner? Auch ein Döner. Bekommt der Verlierer einen Prostpreis? Willst du auch losziehen oder was? Wann hat er die Döner rumgehen? Boah, hast alles rausgesch... Eine Flasche Wasser, ich hab's schon gesehen. Eine Flasche! Eine Flasche Wasser! Mann. Leo schnappt sich den Zettel. Leo will auch. Er gibt ihm hier nichts zurück. Okay, Ash, mach gleich die Stoppuhr. Die Flasche, es kommt dazu. Let's go. Let's go. Schneller. Du bist mir zu langsam. Du bist wie so eine lahme Schnecke. Weiter, weiter. 31 Sekunden. Ich koste gleich. Ey, sorry, es ging nicht mehr. Sag mal, dein Arm ist da ja irgendwie nass. Die Zeit läuft, wollte ich nur mal so sagen. Die posierte Zeit, warum ist das posiert? Du bist nass? Du bist nass, nein? Nass? Mm-mm. Du bist heute ganz schön langsam. Weißt du das? Du lässt dich viel zu viel Zeit. Huh. Huuuuh. Hahaha. Ich kotz gleich. Ich mein, das kommt in Ernst. Bei mir kommt da immer ein frischen Koffer. Das waren übrigens Gitterkartoffeln heute. Ich kann nicht. Du musst heute echt langsam. Weißt du das? Das Ding ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich raus. Ich hab noch zwei Lose. Nein. Mit einer Flasche Wasser da drin. Acht. Sieben. Hier ist schneller, wo das gar selber geht. Ich bin ich auch. Kotz gleich. Hahaha. Du kriegst dafür eine Strafe, dass du so viel Wasser verschwendest. Ih, dir läuft Sommer aus dem Mund. Ich mein, das ist komplett ernst. Mir ist richtig schlecht. Geh weg. Neun. Acht. Sieben. Sieben. Schummelt. Nein. Wirklich? Warum mach ich jetzt so da hin? Ich kann nicht mehr. Ich werde da eigentlich. Was ist das? Wir sind gerade erst am Anfang. Alles knapp. Oh, Digga. Wenn du dich austrinkst, innerhalb von zwei Sekunden bist du raus. Eins. Zwei. Bin ich noch drin? Oder bin ich noch drin? Eigentlich ist das schon ganz wert. Wettrinken, Ash gegen ich. Ein Glas. Gewinner kriegt 50 Euro. Zwei. Eins. Oh. Das ist... Eindeutig. Da ist noch was drin. Hallo. Dich ausstrucken. Wie geht's dir? Skala 1 bis 10? Gut. Wie? Gut. Skala 1 bis 10? Gut. Kriegst du langsam einen Bart oder was? Skala 1 bis 10, wie geht's dir gerade schon so? Ne. 9,5. Musst du auf Klo? Ein bisschen. Nächstes los geht dein Chrissy. Und? Zitronensaft trinken. Das geht noch. Das für dich? Das für dich? Das hätte ich gern leer. Bist du verrückt? Was? Du hast es in mir. Okay, also Chrissy kann auf jeden Fall mit Zitronensaft reden. Geh weg. Ich guck. Mehr, 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 mehr. Das sind nur Tropfen. Ja, mehr. Ja, nee, nein, noch. Das war... Ich darf mehrere Etappen machen. Ja, okay. Ash, soll ich noch mehr machen? Ja. Oh. Mit der Mine. Ich hole gleich. Ein sehr emotionales Video hier heute. Ich habe geheult. Du heult sie gleich. Warum hältst du mich eigentlich die ganze Zeit fest? Ich brauche Unterstützung. Nochmal. Okay. Sag mal, du hast noch mehr geschummelt. Habe ich geschummelt? Blind reingreifen. Go. Ey, du siehst echt fertig ausgeraden. Also, das darfst du gar nicht mehr. Nicht, guck, hey, du. Ja, okay, nimm den. Okay. Ja, bitte. Ich hoffe, dass du... Was ist das? Ein Glas. Bringen wir jetzt. Jaaaa. Was darf es sonst noch sein? Darf es noch irgendwie ein Fünf-Sterne-Münder zu sein? Vorspeise, Nachspeise? Ja. Einmal ihr Wasser, bitte. Ich habe extra voll gemacht, damit du schön gut durch den Tag kommst. Haben die es gehört? Krass. Alexa hat Wittgen antwortet. Alexa geht sehr gut. Wie viel muss man am Tag trinken? Über den Tag verteilt ca. 1,5 Liter zu trinken. Am besten Wasser oder ungesüßten Tee. Bei großer Hitze... Alexa, du redest mir zu viel. Das Elektron ist ein negativ... Sei leise. Laut Alexa 1,5 Liter am Tag. Sag mal nicht eigentlich immer so zwei bis drei Liter. Dann mache ich das weiter. Ja, danke. Sehr nett von dir. Was war das? Ich bekomme 10 Euro von dir. Stand drauf. Zeig. Baaah, Mann! Das übernehme ich halt mal. Lass dein Wasser in den Mund. Erstmal Wasser trinken nicht. Ja, mein erstes Ohr ist jetzt nass. Egal. Da ist auch noch Wasser. Fertig, ja. Ja, Leo, mach ihn fertig. Darf ich das machen? Warum wollt ihr mir alle Ketchup in meinem Mund machen? Hallo, der Teppich. Scheiße. What the actual? Das machen wir gleich nochmal. Was hast du gemacht? Weißt du, wie viel Ketchup in meinem Mund gerade war? Weil ich ehren muss, weil dieser Streiter geht dir direkt in den Rachen rein. Ja! Oh nein, dein Teppich. Krissi? Ja, da wurden wir so ehrenlos Ding, ne? Ejo, kein Teppich. Ey, was? Krissi, was sagst du dazu, dass Ketchup auf dem Teppich ist? Als Bestrafung mach ich dir nochmal ein bisschen was rein. Okay. Ich bin stolz auf dich. Boah. Das ist doch schlecht, ne? Ich hab ne Aufgabe für dich. Wenn du sie nicht machst, fliegst du raus, okay? Okay. Abgemacht? Abgemacht. Machst deine Hose jetzt nass, hier in dem Bereich ungefähr, okay? Gehst du runter und sagst, du hast in die Hose gemacht. Vor Lachen in die Hose gemacht. Ja, okay, okay, okay. Du machst deine Hose nass und sagst... Ich hab voll gelacht, dass du die Hose gemacht hast. Okay, perfekt. Darf ich dir die Hose nass machen? Nein. Hahaha. Was ist das denn? Ja, doch. Du machst den Boden mehr als das, als deine Hose. Ja, das ist ein bisschen unprisch. Das sind weiße Hose nass tatsächlich, ne? Nein, nein. Ich hab mir eben die Hose gemacht. Lass in die Hose nass machen. Vor Lachen oben aber. Vor Lachen. Ja, das ist ja lustig. Lass mal an. Ne, mach die Wäsche nicht. Was machen? Nein, lass das bitte so ekelhaft. Mach das. Woher soll ich das machen? Wie alt machst du nochmal gleich? Woher soll ich das machen? Die Hose? Irgendwie weiß ich bestimmt nicht. Ist das alles angemeldet? Jaaa! Was ist das? Lass das jetzt! Ihr seid bescheuert. Wir brauchen Nachschub. Bisheriges Wasser ist leer. Habt ihr Bock auf ein Glas Wasser? Ich muss auf Klo. Ist das auf Video gewesen? Äh, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Was war das? Nein, stopp. Welche war das? Boah, Gurkenwasser. Schmeckt! Nimm einen Schluck. Ich weiß nicht, wie lange die da stehen, ne? Lange. Schmeckt. Mehr. Guck, hat du Kaugummi im Mund. Hä? Vielleicht 10 von 10, oder? Digga, guck da nicht rein, man. Nimm dir einfach einen Zettel und gutes. Ja, nimm den, nimm den. Red Bull. Red Bull. Ich koste gleich mehr. Ich kann das nicht mehr. Joooo. Ich kann auch nicht mehr. Können wir nicht eine Pause machen? Los, 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 los. Nein. Es gibt keine Pause. Eine Flasche Wasserechsen, let's go. Soll ich eine holen? Du hast keinen einzigen Tauchen Wasser verlieren. Ich bin raus. Jetzt ist es nur noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Chrissy und Ash. Ich hätte die Flasche eh nicht geschafft. Red Bull für Chrissy, oh mein Gott. Ich hab immer ganz kurz auf den Klo. Nein. Red Bull. So Leute, ich geh jetzt runter auf Toilette. Weil ich hätte das echt nicht mehr raus. Ich bin jetzt immer auf Toilette. Lieblings Red Bull? Rot, orange. Ey, was geht ab? Ich hab Mama geholfen. Ich glaube, ich geh jetzt auf Klo. Wir kommen mit. Gucken, ob du wirklich auf Klo gehst. Verloren! Chrissy ist raus, Ash. Ist der glückliche Gewinner. Und dann würde ich sagen, sie haben uns beim nächsten Mal. Haut rein. Was holst du jetzt davon? Safe irgendwas cooles. Hashtag Glückwunsch. Und tschau. Tschau.